Entschuldigung, ich habe eine ganz kurze Frage. Haben Sie Angst vor Altersarmut? Ähm, nein. Warum nicht? Weil ich denke, dass ich privat relativ gut abgesichert bin. Das heißt, Sie müssen auch privat dafür sorgen und trauen nicht, dass durch das allgemeine Rentensystem, durch die Rentepension, ähnlich, dass das vom Staat abgesichert werden kann? Nein, das haut nicht mehr hin, leider. Am 17. findet eine große Demo in Dortmund statt zu diesem Thema. Glauben Sie, dass, wenn man auf die Straße geht, um die Politik da mal aufmerksam zu machen, macht das Sinn? Sollte man da hingehen? Also man kann natürlich da gerne versuchen, was zu unternehmen, also das wirklich ein Gehör findet, ganz einfach. Danke Ihnen für diese Meinung. Schönen Tag noch. Am 17. wird hier in Dortmund eine große Demo stattfinden zum Thema Altersarmut. Glaubst du, das ist sinnvoll? Ja, sinnvoll ist es schon, weil die Politik ja bis nicht auf die Reihe kriegt. Okay, also nochmal, Rentendemo. 17.07.17 Uhr. 17.07.17 Uhr. Eine Rentendemo, eine Anti-Armuts-Demo oder wie nennt man das Ding? Demo gegen Altersarmut. Genau, Demo, wir wollen keine Altersarmut. Also Leute, kommt in die Hufe, aus den Startlöchern und los geht's. Ladet ein, wen ihr kennt, wen ihr wollt und kommt vorbei, weil es betrifft uns alle, glaube ich. Viel Spaß, danke. Glauben Sie denn, dass solche Demos sinnvoll sind, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln zu bewegen? Ich denke schon. Schauen Sie, wenn wir politisch und auch sozial dieses angehen, dann kommt so ein Effekt sicherlich zustande, wie es in Cairo geschehen ist. Ich denke, dass solche Demos sinnvoll sind, wie es in Cairo geschehen ist, wie es in Cairo geschehen ist, wie es in Cairo geschehen ist, wie es in Cairo geschehen ist. Ich denke, dass solche Demos sinnvoll sind, wie es in Cairo geschehen ist, wie es in Cairo geschehen ist, wie es in Cairo geschehen ist.